Ich bin zunächst durch eine Freundin aufmerksam gemacht worden und mit ihr gemeinsam auch hier gewesen und war überrascht, wie gut mir das hier gefallen hat. Eigentlich auf den Punkt gebracht ist für den Dental Prime für mich ein Zahnkonzept, das in einer sehr familiären Atmosphäre gehalten wird und in einer sehr kompetenten Atmosphäre. Ja, anfangs hatte ich Bedenken wegen der Sprache, wegen des Sprachproblems, aber bin da sehr nett abgeholt worden und auch gut aufgefangen worden und auch die Gespräche und Aufklärung waren sehr zufriedenstellend und sehr informativ, dass ich immer den Eindruck hatte, dass ich auch alles verstanden habe oder ich hätte auch, wenn ich es nicht verstanden hätte, auch jederzeit nachfragen können, das ist dann auch klar gewesen. Also das hat mir gut gefallen.